Der Betrug ist eine Unterart der Kommunikation. Ohne Kommunikation keine Lüge. Vielleicht würde ich euch eingeheifen. Vielleicht würde ich irgendetwas greifen oder gegriffen sein. Also ich muss schon sagen, alles andere als die ganze Pracht oder die volle Ladung ist der totale Abfuck. Also den, den der Orgida als Neues angeschleppt hat, der Tüffi. Tüffi, ich find's geil. Und ich finde, wir sollten jetzt die Chance nutzen, mit Hilfe des Vollgeilen, wohin zu kommen, wo es geil ist. Also ich find's gut, wenn du was machen würdest. Okay, ich versteh. Also ich find's gut, wenn du was machen würdest, was ich will. Okay, ich versteh. Was du aber voraussichtlich nicht willst. Okay, ich versteh. Eine Unwahrheit begegnet der Wahrheit und eine Wahrheit der Unwahrheit. Äh, was denn jetzt? Sinneswandel? Der Tüffi jetzt also doch nicht? Mit der Marianne? Ah, da bist du ja endlich. Wie schön. Der Tüffi. Der Tüffi. Du bist so süß. Wie geil ist das denn? Der Tüffi. Der Tüffi ja zack und reingemanns was. Aber ich mach mit dem... Ja, ist geil. Aufeinander nichts. Wenn die Achtung ist, die Marianne macht, zu kontextualisieren. Äh, was? Der Tüffi. 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 Vielen Dank.